die kannst du dann mit dreieck anfingern dann hast du dann ein tuch dann da blutig dann gibst du ihnen das dreieck quasi wieder und dann labert er dich voll kannst du dann direkt alles durch labern lassen dann bekommst du ein rotes siegel wenn du das dann benutzt im inventar das auf der ersten seite direkt kommst du zu mox land nein du musst erst mal zur palast allee alles andere was davor rum dümpelt macht sehr viel schaden da habe ich auch noch respekt vor ja würde ich empfehlen ich gehe gleich mal selber hin mal gucken ob ich irgendwie damit ich mal langsam drück ich würde dir empfehlen da durchzureiten durchlaufen könnte man probieren aber ich habe es mit kollegen gemacht und wir haben nicht genau auf die schnauze gekriegt stummfalkenkönig und hier ist eine truhe das stummfalkenkönig du meinst du dich der legendäre aschelein ist oder die beiden der falke müssten legendäre sein das sind doch beides aschen mit namen die ist auch bei den legendären eingedrottiert stimmt tatsächlich